Mein Vater ist lange gefahren, also ich bin zum Lkw-Fahren geboren. Mein Name ist Norbert. Lkw fahre ich seit 30 Jahren. Ich bin verantwortlich für die Ware, die hinten drauf ist. Wir fahren kühler, dass die Temperaturen richtig stimmen und beim Kunden abladen. Man ist sein eigener Herr, wenn man unterwegs ist. Man muss selbst entscheiden. Klar, man kriegt die Aufgabe von der Dispo, wo man hinfahren muss, wo man laden muss, aber so hat man doch die Freiheiten. Ich sag mal, ich bin auch ein Fahrer, ich beschäftige mich mit dem Auto. Ich nehme mir auch schon mal, wenn ich Pause habe, anstatt am Handy zu spielen oder im Fernsehen zu gucken, ich nehme mir auch schon mal die Betriebsanleitung und lese mir die durch. Wie weit kann ich gehen, was kann das Auto alles, wenn es natürlich die Verkehrssituation erlaubt. Was ich auch gut finde, ist das hier mit der Aerodynamik und mit den Windgeräuschen. Wo ich wirklich schon begeistert war, ist hier das Radarsystem. Ist praktisch so wie das zweite Zuhause. Zuhause zu sein ist zwar schöner, aber ich fühle mich auch im Lkw wohl. Wie gesagt, mir macht das immer noch Spaß und ich liebe den Beruf.